Gut, heute ist unser Geschäftsführer Michael Greitl bei mir. Servus Michi, schön, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Ich möchte mal kurz auf die aktuelle Lage so ein bisschen eingehen. Die Mannschaft hatte eine lange Niederlagenserie hinter sich, hat dann drei Spiele in Folge gewonnen. Alle haben, glaube ich, gedacht, jetzt geht es wieder aufwärts. Dann kam eine bittere Niederlage in Bad Nauheim, wo die Mannschaft wirklich gutes Eiserkückel gespielt hat, aber das Spiel eben verloren hat. Und dann die Heimniederlage gegen E.V. Lanzow, die, glaube ich, allen richtig wehgetan hat. Wie schätzt du das aktuell ein? Ja, servus Phil. Nee, ich sehe das genauso, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben alle gedacht, oder wir haben dreimal gewonnen, haben dann endlich mal auch in der Verlängerung zweimal gewonnen, haben dann in Bayreuth 5-1 gewonnen. Und ja, haben in Bad Nauheim, wie du schon gesagt hast, aus meiner Sicht auch ein sehr gutes Spiel abgeliefert, haben wie immer unser altes Leiden, viele Torschossen, kein Tor geschossen, ist auch da wieder und dann unsere Fehler bestraft worden. Ja, und das Spiel gegen Landshut, ich denke, das war ein gebrauchter Tag für uns. Die ersten zehn Minuten waren katastrophal und desolat, muss man ganz klar so eingestehen. Wir haben uns dann gefangen, aber waren nicht in der Lage, da noch das Spiel rumzureißen. Leider, weil die Landshut, aus meiner Sicht, die waren schlagbar, aber wir es leider nicht geschafft haben, das Spiel für uns zu entscheiden. Und natürlich gerade Landshut in der Verfassung und in dem Spiel, das tut natürlich richtig weh. Das hat uns, mir, Verein, der Mannschaft, natürlich auch alle richtig wehgetan, dass man in dem Spiel so eine Leistung abliefert. Du hast gerade angesprochen, dass man oftmals vergisst, so ein bisschen das Tore schießen oder dass wir Schwierigkeiten haben. Jetzt bist du ein ehemaliger Stürmer. Was macht man denn dann so als Spieler, wenn man irgendwie denkt, wir arbeiten uns die Chancen immer raus, aber wir treffen nicht? Ja, das heißt oft, man müsste eigentlich dreckige Tore schießen. Mit dem Zaubern wirst du, wenn du in der Krise steckst, nichts gewinnen. Du musst einfach spielen, du musst vor das Tor gehen, du musst Schüsse abfälschen und vielleicht versuchen auch, mit dem Torwart irgendwann den Puck ins Tor zu bringen. Das haben wir dann, denke ich mal, auch gemacht, wo wir dann auch uns die Chance gearbeitet haben, wo wir die drei Spiele gewonnen haben und man hat ja dann am Schluss wieder gesehen, auf einmal, wo man auch in Kassel das Tor in der Verlängerung top rausgespielt, weil Schweige super nachgegangen, auch dann vom Junior, perfekter Pass zum Spurzscher ins leere Tor schießen kann. Auch in Bayreuth haben wir gesehen, auf einmal haben wir wieder schön gespielt, wo das Selbstvertrauen wieder da war. Ja, und leider, klar, Bad Neuermann ist ein starker Gegner, haben wir auch gut gespielt, aber hat uns natürlich wehgetan und klar, dein Spiel gegen Landshut hätte aus meiner Sicht natürlich wieder aggressiver Arbeiten vor dem Tor, ja, aber wie gesagt, ist oft leichter gesagt als getan, aber wie an dem gilt schon, die ganze Saison zu arbeiten, aber irgendwie ist oft symptomatisch, wenn auch unsere Top-Leute Alleingänge haben und am Tor vorbeischießen, ist natürlich, ja, das zeichnet oft dann die Situation aus oder die momentane Situation in der Mannschaft, vielleicht auch ein bisschen das Spiegelbild, wenn dann solche Dinge passieren, wo man früher eigentlich gedacht hat, das ist ein klares Tor. Ja, kann mich auch an ein paar Situationen in letzter Zeit erzählen, wo du eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren immer schon bereit zum Jubeln warst und dieses Mal schießt man leider dann am Tor vorbei, aber gut. Natürlich war jetzt auch das Thema nach den Abgängen von Sören Sturm und von Brandon Greysel ein Thema Neuzugänge. Wir haben natürlich ja auch gesagt, man will die Mannschaft natürlich versuchen zu verstärken, der Transfermarkt ist sehr, sehr schwierig. Kannst du da mal ein bisschen drüber erzählen, wie gerade so der aktuelle Stand ist und was vielleicht auch die aktuellen Problematiken sind, die es vielleicht sonst nicht gibt, wenn man jetzt einen Spieler sucht um die Zeit? Ja, wie gesagt, wir sind da sehr, sehr akribisch dran, auch Trey und ich, und wie gesagt, wir haben den einen oder anderen Kandidaten gehabt, der sich dann aber auch für einen anderen Klub entschieden hat, aus verschiedensten Gründen. Der Markt ist sehr, sehr leer. Natürlich gibt es immer wieder Spieler, den einen oder anderen, aber wie wir schon immer gesagt haben, wir müssen natürlich auch jemanden holen, wo wir der Meinung sind, der kann uns weiterhelfen, anstatt irgendwo einen herzuholen, der uns dann nicht weiterhilft. Dann ist uns in dem Moment vielleicht, dass wir was gemacht haben, ja geholfen, aber auf Sicht gar nicht und da man ja sich schon überlegen muss, genau was man tut, weil man ja bloß zwei Ausländersizzenzen mehr hat, kann man natürlich nicht einen Schnellschuss machen und grundsätzlich sollte, aus meiner Sicht dann schon, muss man davon überzeugt sein, dass es auch passt und das denke ich mal, sind die Hauptkriterien oder waren auch und dann wird halt das schon ein bisschen schwieriger, da ja so gut wie nichts qualitativ, also nicht so viel qualitativ gute und hochwertige Spieler auf dem Markt sind, die dann natürlich auch, wir sind halt nur DL2, vielleicht mal gerne in die Ebel noch gehen oder in die österreichische Erste Liga oder nach Dänemark, Norwegen, also wie gesagt, jeder ist irgendwie gefühlt auf der Suche oder viele und dann wird es erhöhtes ein Preis und wird natürlich am Markt sehr, sehr schwierig. Wenn wir jetzt noch dazukommen, wir haben, als du gesagt hast, nach den Wechseln von Sören Sturm und Brandon Grassell, man ist auf der Suche, da war die Problematik noch nicht bekannt, dass der Stefan Veist sich verletzen wird, auch das hat die Suche nach den Kontingentspielern auch nochmal vielleicht gestoppt oder zumindest euch ins überlegen gebracht, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, weil du ja wie gesagt nur noch zwei Ausländer verholen kannst, mehr kannst du ja nicht lizenzieren wie die sechs Stück insgesamt. Ist natürlich auch, Stefan seine Verletzung, gut, nach Verletzungen ist halt so, wie es ist, aber ist natürlich auch zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt gekommen. Natürlich macht man sich da auch Gedanken, aber für uns war schon klar, dass wir primär versuchen, jetzt einen Spieler zu holen und aber natürlich schon mit der Prämisse auch, wir haben nur noch eine, wie du sagst, Lizenz, brauchen wir wirklich ein Torwart, ja nein oder kriegen wir eine deutsche Lösung und das natürlich beschäftigt das einen tagtäglich, was für Konstellation dann am Schluss rauskommt. Aber so wie es ausschaut, wenn jetzt alle Formalitäten klappen und davon gehe ich aus, werden wir die Woche, denke ich, noch einen Ausländer präsentieren können und ich glaube mal, das ist erstmal der erste Schritt und dann werden wir weiterhin immer, wie ich es immer so schön sage, die Augen und Ohren offen halten, nach Lösungen arbeiten suchen, um dann bestmöglich nochmal schauen, was der Markt hergibt, um dann vielleicht das eine oder andere dann noch zu machen zu können. Es geht ja wahrscheinlich dann beim Torhüter auch darum, der Maxi Meier ist ein junger Torwart, ich glaube, den man aber auch bedenkenlos in der DEL 2 spielen lassen kann, hat er schon mehrfach bewiesen. Ist natürlich dann auch schwierig, hole ich jemanden, den ich ihm vorne hinsetze, dann vor die Nase, habe ich dann vielleicht auch wieder eine Problematik in der Mannschaft oder hole ich jemanden, der hinten hinhockt, dann sagt man vielleicht, das kann ein anderer machen. Also ich denke, diese Gedanken werde, die alle haben und die muss man natürlich auch zulassen, diese Gedanken. Ja klar, und klar, der Markt auch in deutschen Torleuten oder auch, klar, in ausländischen gibt es mehr. Wie du richtig sagst, ist ja die Frage, wir vertrauen in Maxi zu 100%, aber auch bei Maxi, man weiß es ja nie, kann irgendwas dazwischen kommen, sei es nur Corona oder irgendeine Quarantäne oder sonst irgendwas, auf einmal stehst du dann ohne auch Maxi da, unverschuldet. Also diese Problematiken sind schon da und die werden wir angehen und ich hoffe, dass wir da auch in Kürze vielleicht nochmal eine Lösung präsentieren können oder uns dann einfach auch nochmal dazu äußern kann, wie der Stand der Dinge ist. Natürlich hoffen wir natürlich auch noch, dass der Stefan sich wieder erholt und Anfang März wieder vielleicht und hoffentlich zur Verfügung steht. Ist ja die nächste Sache auf Bezug dann auf die Playoffrunden, die Endrunden zu sehen, ist der Stefan, wie ist der Heilungsverlauf, können wir mit dem Stefan nochmal rechnen. Ich gehe davon aus, ja, weil nach sechs, acht Wochen schauen wir mal, wie sein Zustand ist und wie es hält und das muss man auch berücksichtigen, muss man dann wirklich eine Ausländerlizenz hergeben, ja, nein. Also wie gesagt, das sind viele, viele Fragen und wie gesagt, wir dürfen bloß sechs Ausländerlizenzen abgeben, jetzt haben wir fünf, eine haben wir noch offen und da muss man sich dann schon wohl überlegen, was man tut oder was man nicht tut. Genau und dann gibt es ja bei den Fölis auch noch die Problematik, wenn du jetzt einen Förderlizenz-Torwart holen würdest, dass er ja auch spielen muss, um dann in der Endrunde spielberechtigt zu sein. Also ich denke, das ist auch in so einem Entscheidungskriterium, nehme ich dann einen Förderlizenz-Torwart ja oder nein, weil ich muss ihm ja dann auch das Vertrauen schenken, dass er eine gewisse Anzahl an Spielen macht. Ja klar, er braucht 300 Minuten, das sind mal ohne, dass man mal für rausnimmt, fünf Spiele. Klar, das ist die nächste Überlegung, dann muss man, wenn es eine Möglichkeit gibt oder man redet mit dem Verein, dass man doch dann kriegt und noch einen Wechsel vollzieht. Aber wie gesagt, das sind alles die Themen, die man in der Zukunft oder auch in naher Zukunft, natürlich wäre jetzt vielleicht eine Förderlizenz-Regelung noch eine interessante Geschichte, aber auch da muss man jetzt schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten und wenn es welche gibt, werden wir natürlich nicht die Augen verschließen. Und wenn dann irgendwelche Neuzugänge vielleicht dann auch noch nächste Woche oder diese Woche präsentiert werden, was ja schön wäre, dann könnte das sein, dass der Neuzugang am Sonntag schon wieder vor Zuschauern spielt. Haben wir heute so mitbekommen, das ist aber alles noch sehr fraglich und so genaue Antworten, glaube ich, auf die offenen Fragen gibt es noch leider nicht. Ne, wir haben es jetzt auch heute zur Kenntnis genommen, es hat es ja schon angedeutet, dass in Bayern auch endlich wieder diese Lockerungen gibt, die wo ja für uns völlig unverständlich waren, warum in der DL 2 und in der DL keine Zuschauer sind, aber in der Oberliga nichts gegen die Oberliga, ich gönne Ihnen jeden Zuschauer, weil ich ihn auch gerne hätte, warum es diese Sinnhaftigkeit, die kann man mal ganz, ganz deutlich hinterfragen, haben wir dann auch mit dem öffentlichen Brief nochmal hinterfragt. Jetzt gibt es welche, jetzt müssen wir morgen wieder die Beschlussvorlage anschauen, mit was für Auflagen es wieder, gibt es andere Auflagen, als wir jetzt wieder die rein bayerisch spielenden Mannschaften haben oder nicht und sobald es da was gibt, werden wir auch wieder informieren, aber momentan muss man wirklich auch die Beschlussvorlage von dem, was sie heute beschlossen haben, abwarten. Genau, es ist wie so lang, in den letzten zwei Jahren unter Corona schon, es ist einfach noch Geduld gebracht, bis wir die Fans dann auch dementsprechend informieren können, wie es aussieht. Leider können wir nur reagieren und nicht agieren, wir müssen das dann wieder umsetzen, was uns vorgegeben wird. Es ist seit zwei Jahren so, es ist nicht immer leicht und auch nicht immer verständlich und ich denke auch für viele Fans sehr frustrierend, für uns ist die Situation auch frustrierend. Ich hoffe, dass es sich bald mal bessert und ändert, dass man einfach wieder unbeschwert sein Leben leben kann, dass man unbeschwert auch wieder zum Hockey, zum Eishockey kommen kann, nicht, dass man jede Woche schauen muss, was gibt es jetzt wieder oder ist wieder was anderes oder muss ich den Test oder den Test oder keinen Test oder was auch immer mitbringen und ich denke, auf das hoffen wir alle, dass es sich irgendwann jetzt dann entspannt und dass die Sache mal irgendwo wieder in ruhigere Fahrwasser kommt. Genau, das Thema Entspannung, das nehme ich mit auf. Dann hoffen wir mal, dass wir heute ein gutes Eishockey-Spiel sehen und ich wünsche allen viel Spaß dabei. Bis bald. Danke.